Bedankt euch bei Tarkov, Männer! Danke! So, einer hat den 100m Headshot gemacht. Ja, aber nicht wir. So Männer, wir haben genug zu futtern dabei. Private wird uns nicht unter den Fingern wegsterben vor Hunger. Und Rico hat auch wieder... Au! Au! Scheiße! Männer, der Drecksgev. Ja, so. Flicken wir uns erst mal zusammen, so. Und dann machen wir ihm den Garaus. Du sagst das, Kowalski. Dem schießen wir seine hässliche Skev-Fresse weg. Skipper! Das sind ja brutale Ausdrücke. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Private, mein Kleiner, wir sind hier nicht im Sandkasten. Das hier ist Krieg. Wenn auch nur eine Simulation. Aber... Hier tobt der Krieg. So, Männer. Hinter uns geht's ab, Boss. Ja, Kowalski. Ich hör's. Wir sind wieder wie die Kaputten. Da läuft einer so. Da rennt einer so. Das hör ich doch alles, Kowalski. Da ist der. Ja, komm! Komm! Hier, friss das! Friss das! Waren wir das? So. Oder hat ein anderer den abgeknallt? Da läuft einer. Granate so! Oh! Das können wir auch, Männer. Schmeiß noch eine so. Ja! Da war die Drecksratte. Der hat uns ins Gef abgeknallt. Komm, Männer, den flankieren wir. Wir sind dort, wo er uns nicht erwartet. Bist du dir sicher, Skipper, dass er uns hier nicht erwartet? Natürlich. Er war zum Arsch der Welt gerannt. Da ist einer so. Da! Schön weggemacht so. Danke, Kowalski. Der hat uns echt nicht kommen sehen. Oh, da kommt der andere. Schnell nachladen. Gib ihm so! Die Maus! Die Maus! Diese Kack-Maus. Leise, Männer, leise. Rico, pass auf mit deinem dicken Würzel. Lässt sich doch kein Skaffir blicken, was? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da sind zwei. Da ist er. Das ist ein Spieler so. Ich glaube es auch, Kowalski. Mist, hoffentlich haben sie das nicht gehört. Was machen wir so? Die knallen wir ab. Was machen wir so? Die knallen wir ab. Der eine. Der eine labt sich da drin. So. Ja, und der andere hält Wache. Die glauben auch, wir sind auf der Wurst so hergeschwommen, Sir. Mit ihrem Skaffgequatschen wollen sie die Skaffs mimen. Ja, ja. Den Trick haben wir erfunden, Männer. Okay, der eine ist hinüber. Fehlt nur noch Nummer zwei. Pass auf, dass er uns nicht aus dem Fenster erschießt, Sir. Ja, ich versuche ja schon ins Gebüsch zu kommen. Was jetzt? Nein. Oh nein. Betankt euch bei Tarkov, Männer. Der Anker. Drecksbude, Männer. Das ist diese Drecksbude. Wo sind wir gespawnt? Ja, dann laufen wir mal hinter zu dem... Mann. Zu dem eingegrabenen Stash. Und versuchen da mal unser Glück. Da an dem Haus. Oh, da ist einer. Das wird ein Himmelfahrtskommando. Warum, Sir? Da schießt du doch mal Gegner auf. Weniger als 25 Meter. Das kann ich nicht so. Wir wahrscheinlich auch nicht. Was soll dabei schon rauskommen? Ich sag's doch. Das springt nicht mit, Männer. Wir sind außer Booster. Wir sind tot. Männer, wir sind tot. Gleich haben wir's geschafft. Wir sind die Ersten. hoffentlich so. Zweifelst du an meinem Plan? Nein, Sir. Natürlich nicht. Wird ich mir nie wagen. Noch mal Glück gehabt, kleiner Mann. Wollen wir noch mal ins Büro rein, Sir? Natürlich, Kowalski. Wenn wir schon mal hier sind. Können wir auch gleich die Tresore plündern. Und uns den super fetten Loot abholen. So fett war der Loot aber nicht, Sir. Du weißt aber heute auch immer, was frei wird. Ich mein ja nur. Aber wo du recht hast, hast du recht. Haben wir alles schon mal viel, viel besser gesehen. Sehr viel besser sogar, Männer. Sehr viel besser. Aber es ist ja heute wirklich eine Enttäuschung. Oh. Nur ein Scaf, Männer. Nur ein Scaf, glaube ich. Hat uns gesehen. Vorbei, Sir. Auch vorbei. Leck mich doch. Der ist da hinten runtergerannt, glaube ich. Lassen wir ihn. Wir haben eine Mission. Wir haben eh schon viel zu viel Lärm gemacht. Müssen wir aufpassen, dass er uns nicht hinterrücks erschießt. Die Kier steckt schon wieder in mir, Männer. Den nehmen wir hier noch mit, bevor wir auf den Leuchtturm gehen. Naja. Wenigstens schönes Wasser. Und binden, Sir. Ich scheiß auf die Binden. Ich mein ja nur, Sir. Was ist denn heute los mit dir, Private? Was ist denn heute los mit dir, Private? Bist nicht bei der Sache, kommt mir vor. Scheint mir. Hier. Dann. 100 Meter Headshots. Sie können kommen. Hier kommt keiner, Sir. Ja. Ich glaube auch. So. Einer hat den 100 Meter Headshot gemacht. Ja. Aber nicht wir. Unsere Instellation. Bis zum nächsten Mal. So. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Vielen Dank.